Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fantasy Tennis. Man kann das Spiel endlich wieder spielen. Es war nur im Singleplayer-Modus und auf dem Privatserver, aber endlich, man kann es wieder spielen. Ich habe das Spiel 2008, 2009 gespielt. Ja, oh, da habe ich meine erste Beziehung gefunden. Und wow, da spiele ich riesiges Spiel. Und wir spielen den Battle-Modus. Ich bin schlecht in Basic. Und ich war einer der Top 10 Guardian-Spieler, aber sehr am Anfang. Oh, ich liebe das Spiel. Ich habe meinen Charakter natürlich auf Decks und Stärke aufgelevelt, wie es gehört. Schön mal wieder. Item, da habe ich, wo habe ich Item drauf gesetzt? Oh, ich weiß es nicht. Oh, Souls. Oh, ich liebe Souls. Mein allerliebtes Item. Ah, vergiss den Ball. Ich knall jetzt voll. Bäm. Wow, vier Souls habe ich. Ich habe vier Souls. Wow. Ja, ich level halt auf Decks und Stärke. Das ist das Beste. Und ich hasse die Spieler, die auf Stärke und Will leben. Das ist sowas so dumm. Wie kann man das machen? Bäm. Hier. Ein Schild. Oh, ich liebe das Spiel. Ich liebe es so sehr. Bäm. Und hier jetzt noch ein schönes Item. Ah, damit kann ich ihn in einen Hut verwandeln. Hühnchen. Ja, dann kann ich den Ball nicht mehr schlagen. Und... Oh, ich dachte, ich habe gewonnen. Hm. So, Meteorin. Bäm. Bäm. Oh, ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel. Ich liebe es so sehr. Besonders in Battle Mode. Die besten Spieler machen auf Stärke und Decks und nicht Stärke und Will. Das sind die schlechten Spieler, die auf Stärke und Will machen. Guardian Surf. Die kamen so auf einmal... Irgendwie 2016 kamen die auf einmal alle hervor. Die so auf Stärke und Will gelevelten. Aber am besten ist Stärke und Decks und weg. Und Feuerball und Bäm. Guardian Surf. Oh, ich liebe das Spiel. So schön. Oh. Ne, aktive mein Schild. Damit nehme ich nur einen Schaden, aber was halte ich noch ein? Blitz. Oh, das bringt's mich rein. Die sind auch guten Mienen. Haarfeuer aufgetreten. Feuerball. Bäm. Der schreit auch schön zurück. Ich denke, dass man den Ball anfängt wird. Der Battle Mode ist toll. Die Jugend. Oh, so viel Erinnerung. Ah. Ja, ich will sie nicht reden. Oh, ein Heilzeit. Man kann hier auch Items kaufen. Hm. Und die kann man dann benutzen. Aber ich hab momentan keine. Ich hab kein Geld hier. Das ist doof. Mist. Was? Items. Was haben wir? Oh, und noch ne Mine. Da läuft der gleich rein, oder? Vielleicht jetzt so nach links schlagen, läuft der doch gleich rein. Och, er hatte... Das Kopf hat manchmal so ein Milan Schutzschild. Nicht oft, aber manchmal. Ich vergesse es. Vergesse es. Vergesse es. Vergesse es. Au. Nein, wir können ihn werden. Warum krieg ich jetzt die letzten HP von ihnen nicht runter? Komm, gutes Item. Ich will das Item warm. Ah, ich werd gleich zum... Ah. Ich bin ja zu doof, ihn runterzukriegen. So. Yeah. Ja. Dum dum dum. Dum dum dum. Das spiel so schön. Komischerweise startet man hier mit einer L20 hier. Im Privatserver. Keine Ahnung wieso. Aber... Aber... Kann ich schon mal schön... Also Decks und Sperrklemmen. Nein. Meteorien, aber nur einzelne. Es gibt viel und wenig Meteorien. Nicht nur ein wenig. Da hat nur so ein einzelner Meteorit abgebildet. Bei den anderen glaube ich 3 oder 4. Souls. Oh, ich liebe Souls. Oh. Souls ist das beste Alter. Wenn man auf... Wenn man 30 Decks hat, dann kommen 2. Wenn man 40 Decks hat, dann kommen 3. Wenn man 50 Decks hat, dann kommen 4 Souls. Und immer so weiter. Ich hab jetzt halt 50 Decks. Und irgendwie mit 30 Angriff, deswegen kommen 4. Das ist wirklich wow. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 2. 2. Er kriegt immer so ein Schild, ist doof. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man viel Verteidigung hat, kommt das öfter. Autsch. Ich leg da viel drauf. Och, Mann, wo klappen wir denn den? Blitz. Ha. So, der schlägt kleiner, kommt da nicht nach. Bessig. Also, cool. Ich liebe das Spiel. Okay, doch keine XP, wenn man das nochmal spielt. Ja, ja. Und Bette muss, wenn ich unschlag. So, Hühnchen. Oh. Oh. Ja. Und ein... So ein Feuerfall schießt ich gleich schön, dass man Feinig bekommt. So, ja. Perfekt. So it's. Bam. So cool. Ich finde, das ist eigentlich das beste Online-Shiver, das es gibt. Ich liebe es. Schild. Okay. Meteorik. Au, au, au. Das hätte auch nicht Schaden gemacht. Hätte es getrocknet. Hat es gefückt, aber nicht. So. Ich weiß, ich hätte keinen Notgetan, das war ein Aus, aber was sollt's. Schild am besten mal für den Notfall aufnehmen. Am besten mal den Quicksal und Schild. Ich kann zwei Items tragen. Ich glaube, dieses Item hier, das die Dickener blimpfen macht, das wird man von mir oder nicht. So geht das einfach. Warte. Oh, doch. Weg. Komm, Souls. Bam! Yeah. Meine Souls machen jeden Bernd. Und ein weiteres Mal. Zehn Mal, dass wir gegen ihn gewinnen. Gegen Niki. So, jetzt. Das ist der Einzelne Meteorit. Der. Der kommt halt nur ein paar. Oh, voll getrocknet. Loin. Sehr gut. Schild nach da hinten. Oh, nee. Er steckt da. Ja. Geh jetzt noch weiter. Hm. Die Mine klappt doch eh nie. Schild. Dann können wir wieder nur schaden, oder? Oh, er läuft direkt drauf. Oh. Kann ich ihn steuern bisher? Oh, bin ich doof. Es geht los doch da. Ja. Schön schaden, genau. Anscheinend wird er doch nicht immer der Schutzschirm. Das geht nicht. 연stern. Das geht weiter. Ja, dann ist er und geht sich da jetzt in letzter Zeit. Ja. Perfekt. Und weg. Ja, und wieder ein. Das habe ich geschafft. So, er hat keine Chance gegen ihn, also muss ich überhaupt nicht anstrengen. Ein Einzel-Meteorit. So, das klingt jetzt nicht mehr, aber das klingt dann nicht zufrieden ab. Und wir treffen sogar, yeah. Schön blitz. Ich habe dann noch... Oh, den könnte er noch kriegen, auch wenn er klein ist. Aber jetzt kriegt er ihn nicht mehr. Schutzschild. Den Hundzauber kann man halt ausweichen. Wollte man wirklich machen. Okay, da gebe ich mein Schild. Da sind die Meer-Meteorien. Und mein Schild hat auch gegen die Blindheit geraten. Welche traf ich auch? Ja. So, hier. Ich bin ja nicht zufrieden gekommen, bitte. Ich bin echt unsicher. Man soll ja, natürlich. Okay, das kriege ich nicht mehr. Der hat eigentlich Meer-Meteorierグlappt. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich Leonardo habe. Ich verstehe, weil ich noch nicht mehr treffe. Ich weiß gar nicht mehr. Er ist klein, aber ich kann ihn treffe. Aber auch keine Managerグlappt. Ich könnte das mal ab. Shoot, shoot! So ist's, oh ja! Baaaaaam! Nein, das ist nicht. Oh man! Ah, Heilung! Ich war noch Heilung. Feind-Offensiv-Schuss! Yeah! Schön aus dem Item drauf. Blöck da drauf, oder? Oh, er hat einen Schutzschild! Komm! Gegen hoher Verteidigung. Meteorien, wir treffen! Jetzt lauft ein bisschen schön ins Huhn rein. Okay, und weg! Und bam! Mit Feuerwehr kann man auch Items abbrechen, wenn du die Mensa rein bist. So, weg! Und! So! Yeah! Wow, man konnte ja doch ganz schön erfahren, Gold. Immerhin. So! Wir schaffen aber schon alle 10. So! Huhnzauber! Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch ordentlich weiterarbeiten und dann wieder irgendwie online zusammenspielen können. Also nicht nur Single-Player, ja? Aber Single-Player ist immerhin schon Anfang. Ich glaube, dass ich das Spiel nie wieder spielen kann. Okay. So! 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 Jetzt feuer ich und zack, kann er deswegen nicht treffen und ich hab schwaches Wille, deswegen mach ich so wieder nicht Schaden getragen. Und gewonnen. Jaaaa! Man kann auch angeln in dem Spiel, aber wenn wir auf dem Privatzimmer nicht, man kommt nicht ins Haus ein. Oder man kommt auch nicht so in den Garten und so. Daraus angelt man nicht. Meteoriten! Und unsichtbarkeit! Bam! Unsichtbarkeit, Victor. Kann ich machen, bitte? Ich würde gerne Meteoriten uns geholt zusammen erfreuen. Au, ich muss was ab. Autsch! Ich würde ein paar tolle... Ich könnte es nahe, gerne mal. Das ist jetzt so. Keiner, den mich so sieht. Kein unterhutsen Netz abgeknüpft. Feuerball. Wie? Abbrechen ab, nach dahin. Aua. Deswegen Huhn. Dann kann man leider nicht durchschlagen. Benzmenger. Okay, eine davon. weg Aber ich bin Meteorin, jetzt zoolst du zu bitte. Oh man, diese zoolst und Meteorin mal zusammen haben, sieht dann krass aus. Oh, Meteorin und Meteorin, ja dann meine Wege. Da traf ich über die Beine jetzt nicht. Bam! Oh Mist. Und er hat Heilung. Ich sollte jetzt ein bisschen konzentriert sein. So, so schön. Hier noch ein Item dazu. Solz macht auf jeden Fall und 80 Schaden umdreht. Geh mal 19 noch. Und Solz ist Feuerball, wow. Was ist Feuerball? Oh, das ist ein Korde. Wird auch hier. Oh, das ist ein Korde. Geht's Feuerball. Ja, das ist ein Korde. Wird auch ein Korde. Also, kein Korde. Oh, ich bin Feuerball. So, nach 9 und 10. Dann haben wir alle Elements mit Niki... geschafft. So. Wir waren nicht schön in einen Hut. Ach man, ich tauchte doch ein. Okay. Ich kann jetzt Blitz machen schon, aber auch wenn er gut ist. Damit er nicht zum Kleinen oder... Was hält das? Ich hab so jetzt. Nee, ich kann gehen. Und was ist denn noch? So jetzt, Ameterin, am heutiger Gebiet. Mist. So. So jetzt, Ameterin. Ja. Bäm bäm bäm. Cool. So, und weg. Und so jetzt, ich hab mein Schürt. Teuerlich. Dann macht er. Warte. Vergesst. So ist es. So ist halt Trauer. Okay, mein Schürt noch vorweg. Mach Huhn. Drei Meteorinen. Armer. Oh, cool. Das war Reflexe. Okay. Mit zu reden. Wunder da, ja. Mit zu reden. Bisschen, so am Armer. So am Armer. So viel besser. Ah Mist. Was. Hier noch so jetzt. Feuerball. Das Huhn. Der Huhn zerbrecht nicht mehr, ne? Kannst du vergessen. Ah ja. Aber ich hab's. Was er geschafft. So. Feuerball. Und. So, er müsste gleich. So. Effekt. Ich hab's. Blitz hinterher. So. Letzter. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und. Und. Bam. Nein, 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 verkehrt es. Beim Linkurin sollte man ihn mal ganz hinten stellen. Das ist noch eh, Leute, sicher. Na ja, ich nehme hier aber noch ein Schild. Das ist vielleicht ein Fehler, aber... Oh, keiner erwischt sich das, oder? Nee, Turin ist halt so eine Kürkese. Ich kann mal weißen, wenn ich den Ausdruck erging habe. Oh, ich dachte, er freut noch... Oh, nochmal weiter. 30 plus 30 minus. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin jetzt wieder links. Okay. Blindzeit. Schein einsetzen. Ah, das hat gewirkt, aber... Schlag war auch ausreichend. Oh, oh. So. Kommt der Fall. Schön klein machen. Und dann schön nach außen wollen. Ich hin kann jetzt kleiner. Meteorien. Zumal. Du bist. Oh, Mann. Ich habe nicht geschlossen. Ich habe nicht geschlossen. Auf der Bannerei. Okay. So, ein bisschen das Ding verwirren. Dass ich ne gerade Linie auf mich hatte. Au. Ich hab noch'm schön. HP-Technisch ist nicht so gut aus. Man kann die schönen Meteorien jetzt zwei einknallen. Der Ultimate. Hat den getroffen. Hat nur der Ball schlagen. Man weiß, wie wohin schlägt. Oh, es wird übel. Ich hab noch zwei Stelle. Okay. Oh, das hat dumm die Meteorien jetzt einzusetzen. Uh oh. Oh man, ich muss zur Tür. Guardian Search. You win. Try again. Ja, toll. Er hat's geklingelt. Hm, Passwort. Aber jetzt geht's weiter. Ja, toll. Er hat's geklingelt. Da ist Match verloren. Guardian Search. Jetzt gewinn ich. Genau in dem Moment. So, ja klar. Genau im Endkampf. So, Meteorien. Bei der Treffer? Nein, hat er eh doch schön. Okay, perfekt. Guardian Search. Das bleibt auf jeden Fall schon mal besser. Guardian Search. Beim nächsten Mal werden wir übrigens gegen Lunlone spielen. Ja, ob ich dann noch gerne. War Lunlone. Das war Lunlone. Nein, 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 nein. Ei, ei, ei. Wenn man Item einsetzt, aber das ist mir gar keine Gelegenheitssetzer. So. Okay, den kriegt er jetzt nicht mehr. So, Blindzeit. Dann mein Heilungstrang. Die bleiben dann einfach stehen, wenn ich das wieder blüte. Am Heilungstrang. Ich hab wieder volle Energie. So. Und ein Feuerfall. Die Feuerchen dann bis ab. So, jetzt. Ah, da hätte ich noch getroffen. Wenn man so zurückfliegt, kann man nicht immer noch die Beile trinken. Wenn man einfach voll wegfliegt, kann ich nicht. So. So. Lauf da bitte rein. Es sind beide. Ja. Ah. Jetzt so kurze Schläge machen, das soll schön rein. Oh, das Item. Okay, dann mach ich das. Danach trotzig schön sowelt. Fühlen mal drei. Ich glaube, wegen der Stecker verzeichnen. Ja. 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 Hier geht es nicht zu verteidigen durch. Das ist sonst kein Einfluss drauf. Bei der Fallschauen. Und ha. Und ha. Die PSY sind 70, die sind 70, die sind 70. Ja, ne? Ai, 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 schütt, schütt, schütt! Oh, es hat noch gewürgt. Boah, was soll denn nachher? Der soll nicht abfeuern. So, und jetzt schon... Ah! Ne, da muss ich das einsetzen. Spezialfähigkeit. Kann man immer, wenn die Leiste unten lebt. Okay, dann mach ich das auch mal. Der kennt ja nicht auch. Da hat er noch Meteorin ein, da wird einer von Fett. Ach, hat auch nicht. Komm, jetzt noch mal ein tolles Eisern. Ah, ich hätte... Und Souls, und... Ich hab's geschafft. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Nächstes... Zulundern dran. Ja, tschüss.